Hallöchen, ihr alten Kuh-Pansen und Kuh-Pan-Sinnen! Na, wie geht's? Heute wieder einen schönen Tag gehabt. Ja, wir nicht so, weil wir müssen ja miteinander spielen. Das ist schon mal nicht so gut. Ey, wir sind total freundlich. Wir spielen gerade als Team. Das ist so ungewöhnlich, dass ich mich gar nicht... Ich trau mich gar nicht, was zu sagen. Man freut sich... also ich weiß auch nicht. Mir ist die gesamte Freude verloren gegangen jetzt, da wir im Team spielen. Ja, irgendwie ist... der Spaß ist natürlich weg, weil der Spaß liegt aber darin, den beiden hier eins auszuwischen. Weißt du? Total blöde geworden. Wen spielen wir denn jetzt für einen Rumpel etwa? Ich weiß nicht, der Rumpel... Also ich hab nur sechs Gold. Du hast nur noch sechs Gold, das stimmt nicht. Guck mal, weil der Rumpel mich beklaut. Stimmt das? Der Rumpel beklaut mich. Das war nicht gut. Ah, das war leider ein bisschen zu früh. Das ist nicht schlimm. Weißt du wieso? Deswegen. Oh, scheiße! Ahhhh! Ahhhh! Da ist der da hin, ne? Da ist der da hin, die Teamarbeit. Ich hab noch einen. Was, noch einen? Das hat die letzte Folge geklappt und ihr wollt... Komm, 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 lass uns konzentrieren. Warte, warte Rumpel, ich will dir was zeigen kurz. Warte. Jetzt wird's zeigen. Ich wollte dir gerade was geben sogar. So. Jetzt nicht mehr. Ne, ich hab das nicht geworfen, das war Erik. Hä, was hab ich geworfen? Du hast einen Pilz geworfen. Nein! Wir haben noch keinen Pilz. Ich hab gar keine Pilze mehr. Jetzt hab ich einen Pilz gerade gesammelt. Ey, ihr legt euch hier auch mit dem falschen an, ne? Wieso? Wieso? Wir haben natürlich gesammelt. Jetzt lass die mal reinlaufen. Lass die mal reinlaufen. Die, die... Bam! Boah, Alter. 163 Schaden hast du gerade gemacht. Alter, die Waffe ist völlig over. Ja, das ist schon auch schwierig, die zu kriegen. Du musst halt bloß jedes Mal, wenn du jetzt irgendwie dein Special abhast, halt sofort so'n... Achso, ja, genau. Jetzt hast du auch eine andere Götterfähigkeit natürlich, ne? Ich hinterlasse die einfach bar. Boah, die ist ja der Hammer, diese Missgabe, Alter. Die ist geil. Jetzt müssen wir noch die Leute dazu... Also die Viecher dazu kriegen, dass die da reinlaufen am besten. Guck mal hier, man muss sich da einfach nur hinstellen. Guck mal, wie viel Schaden die macht, ey. Ich zieh die Dinger einfach nur so runter. Nice. Die sollten tatsächlich zusammenspielen und dann vielleicht immer für eine Waffe bei mir anders sparen. Ja, das ist auch ein guter Hinweis für Spieler, die kooperativ... Zumindest... Zumindest am Anfang, ja. Danach kann man dann... Der Rumpel will nicht kooperativ. Alter! Doch, doch, doch. Das muss auch kooperativ sein. Ey, ich bräuchte mal einen Stack. Boah, ey, was ist denn hier los? Stack, 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 Stack. So. So, der ist auch hier weg. Ach, ich habe jetzt auch schon wieder eine andere, ähm... Ist ja interessant, wieso habe ich denn eine andere... Achso, ich habe mir auch was gekauft. Also richtig geil, richtig geil. Wieso? Aber feiern ist. So, ich müsste eigentlich... Ich bin ganz knapp vor Level 4. Ganz knapp, ganz knapp. Ganz knapp, also wirklich so ganz knapp. Und wir haben schon einen Shop gefunden. Das ist natürlich auch... Sehr nice. War Lab. Fehlt noch. Ich muss gerade mal was frutzen. Boah! Hier redest du... Hörst du an? Vertraue ich nicht. Hä, du wirfst doch Pilze. Ja, ich kann euch auch einen geben, wenn ihr wollt. Hier. Oh, geil. Achso, brauche ich den überhaupt? Ich brauche den noch. Ach, nice! Wir sind schon am Ende des Levels. Und dann weiter? Gibt's keinen Loot? Gibt's keinen Loot? Was? Was? Da? Ahaha. Warte mal, das ist doch bestimmt ein Geheimnis in dem Raum hier. Nee, Geheimnisse gibt's noch nicht. Die kommen erst noch. Das Geheimnis ist, dass wir warten auf dich. So. Das ist ein Geheimnis. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! In die Kläranlage. Gib mir! Gib mir! Gib mir! Gib mir! Gib mir! A man in the Midnight! Bitte was? Wes? Weißt du, wir singen Timme und der kommt mit so einem YMCA-Song wieder auf die Ecke, der Rumpel, ehrlich? Weil der Rumpel zuhause mal ABBA hört und so guckt. Du kriegst vor allem einen Schlaggrusen. Money, money, money! Ey, ABBA ist voll toll! It's so funny! In the rich man's world! Und dann immer wenn der beim Rumpel am Fenster vorbei geht, so tut 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 tut. Diese uralten Schlaghosen. Könnte ich mir die Rumpel tatsächlich vorstellen, ehrlich gesagt. Oh, eine Schlaghose. Ich hatte immer Schlaghosen tatsächlich! Nee. Als du geschlagen wurdest dafür. Als Teenager. Ja, deswegen heißen die auch so! Danke! Nee, habe ich nicht aufgesammelt. Nee. Ich habe auch einen. Aber bei wem höre ich mich eigentlich doppelt von euch? Was? Du hörst uns doppelt? Ah, der Rumpel weiß über wo alles steht. Nee, ich guck einfach blo... Oh nice, ich guck auch. Haha, geil. Ihr seid doch eher schön. So, ich hab nix gemacht, der Walle hat zweimal... Nee, das war der, der hat doch alles eingesagt. Ja, ich hab dir das eingesagt, weil du zu doof warst zum Werfen. Warte mal. Alter Rumpel, ich hab mich geworfen. Alter, die Ratten! Bist du beschissen? Mein Gott, oh mein Gott! Die Suizidratten sind da! Ja, was? Du bist so ein dreckiger Wichser, Erik. Du bist so ein dreckiger Wichser. Du bist so ein dreckiger Wichser. Ich seh die fetten Ratten und der stand mich erst mal voll. Alter, könnt ihr mal kämpfen, anstatt hier zu labern? Nee, das sind die Suizidratten. Jetzt hat die große Fresse, weil wir für ihn gefahrt haben. Wuppel, hör auf damit! Nee, nix da, ich will mein Geld zurück. Du hast mein Geld geklaut, du kleiner Stricher. Hab ich gar nicht! Du Stricherjunge. Ich hab mir das mühselig zusammengesetzt. Vorsicht, Ratten! Ratten Leute, ihr rennt da einfach dran vorbei! Naja, die Ratten kommen alle zu euch, weil ihr so stinkt. Deshalb, deshalb... Was ist denn... Ich brauch doch Geld! Ich muss doch gleich jetzt hier, ähm... mir meine neue Waffe kaufen, wenn ich Stufe 4 erreicht hab. Stufe 4? Stufe 3? Was? Was? Stufe 4! Kann man die draus trinken? Das ist das neue Programm der GEMA. Ja, da muss man doch dran trinken können oder irgendwas machen können an dem Hahn. Wie ich sie mit dem Klingeln höre! Wo der Rumkel rumhängt, weißt du? Ne, ich hab nichts aufgesammelt. Mhm, mhm, mhm. Jahahahaha! Uhuhuhuu! Verheizt nur alle eure Pilze, ihr Noobs. Wie er sich halt versucht, die ganze Zeit selbst seine Pilze zu nehmen und ich ihm die wegnehmen... So, guck mal, das ist, das hier, das hier übrigens ist ein neuer, ist eine andere Art von Pilz, ne? Die sind an der Wand. Diese Flechten an der Wand, meinst du? Jaja, genau. Die übersieht man mal sehr schnell, ne? Jaja, genau. Boah! Was? Erik! Die übersieht man sehr schnell! Was ist denn da passiert? Was war denn das? Das war eine neue Art von Flechte, die ich ja hier, äh... Ja, die Flechte, die hat sogar in den Haareschmieren an den Flechtehörern. So, sollen wir jetzt mal weitergehen, oder was? Ja, wir können mal wieder Teamplay machen hier. Teamplay, bitte Teamplay, ja. Alter Rumpel! Oh, schön! Ah, das ist richtig viel inzwischen! Hier ist noch ein. Ja, fand ich, der Sarata holt sich jetzt die ganze Zeit für sich selbst Pilze, eigene Pilze, neue. Boah, geil! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Achtung, Monsterratten! Two Side Rats! Oh, geh weg, geh weg! Boah! Die sind richtig übel, die machen richtig viel Schaden, wenn man zu nah dran steht. Warte, 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 warte! Alles gut, alles gut, hab ich alles im Griff. Warte, hier sind zu viele! Oh Gott! Kann man den Pokal hier holen? Von der Frau? Bestimmt! Ja, lass mal stecken, Mann! Oh, die ist hinter mir her! Die ist hinter mir her! Du hast gesagt, es gäb noch keine Geheimnisse, es gibt Geheimnisse, Rumpel. Ja, es gibt zu kleine Geheimnisse. Komm, wir werden mal stecken gerade. Oh! Aua! Warte mal, renn mal zu dem Pokal da. Ja, warte, hier. Guck mal, ob wir den kriegen. Groatser? Nee, den kann man nicht kriegen. Doch, den kann man kriegen. Ja, Leute! Warte, warte, warte! Ja! Nee! Nee, versucht nur weiter den zu kriegen! Versucht es weiter! Es geht irgendwann! Warte mal, ich hab ne Idee! Komm, pass mal auf, warte, hier! Ne? Nimm mal! Ja! Ich find den Raum eigentlich total geil. Ja? Ja? Ja, du hast ge... Ja. Was wolltest du machen? Was wolltet ihr machen? Hier, nimm mal, nimm mal hier, Moment! Grumpel, du brauchst auch dringend Leben. Hier, warte mal. Ja, ja, ja. Wie hättet ihr dein Leben? Komm! Ihr seid so blöd, ich seid! Ich werd euch nie wieder retten! Wie geil hat das denn, Wux? Das war super! Boah, Entschuldige, dass du einfach so slaps dich wieder! Boah, Entschuldige, dass du einfach so slaps dich wieder! Boah, Entschuldige, ich bin richtig verarscht! Geh weg, Gork, lass'n weinen! Boah, Krabben! Wie viele neue Monster sind die da? Die Krabben, ja, die Krabben, die sind so geil! Das sind, das sind widerliche, ähm... Kann man in der Mitte in diesem Brunnen fallen? Ja, kann man! Und da ist man tot! Das ist ja nicht so gut! Oh, die Krabben sind hinter mir her, lalalala! So! Alter, was ratzen die denn für ne Scheiße in die Fresse? Ja, da ist der Shop übrigens! Ja, da ist der Shop übrigens! So, wenn die so down sind, dann kannst du denen keinen Schaden ziehen! Alter, du wirst von denen angewixt! Ja, genau! Ja, genau! Ja, wirklich! Das ist anwichsende Krabben, Alter! Über den Unsichtbarkeitsbomber-Modus! Warte, warte, warte! Ich komme zu euch! Warte, warte! Widerlich! Ah, ich hab alles ins Gesicht bekommen! Ja, ich weiß mal! Irgendjemand muss das ja programmiert haben, so, ne? Ach, Scheiße! Alter hier! Ich will nicht sagen, aber irgendwer muss das so programmiert haben! Ja, hast du das auch inzwischen gesehen? Oder, äh... Geschmeckt? Zum Glück noch nicht! Lass die mal treffen von den Krabben! Hier, nimm mal mehr Leben! Alter, schon wieder! Ich hab Level Up! War zweimal! Richtiger Face-Hit! Bitte was? Face-Hit! Richtiger Cum-Shot, wollte ich sagen! Richtiger Face-Hit, Alter! Mach-Shot! Schon wieder! Ah, ja! Schön! Boah! Oh, mir geht's vor allem richtig scheiße inzwischen! Mir auch! Aber, ich hab jetzt ne Krabbe! Guck mal, ich hab ne Krabbe, die... Oh! Oh Gott! Nein, was machst du? Ich bin tot! Ihhh! 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 Ich wurde... Jetzt hab ich's gesehen! Ihhh! Ich wurde totgewinkst, Leute! Was ist das vor allen Dingen? Was ist das? Rumpel, erkläre dich bitte! Unsere jüngeren Zuschauer wollen gerne erfahren, was genau passiert! Ja, das ist alles Interpretation von euch! Ihhh! Ist das... Ist das Bilou? Oder ist das irgendwie Kaffeesahne? Aber warum machen denn Krabben bitte solche Spritzer? Spritzer? Was ist Spritzer? Oh nein! Ich bin down! 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 Mach mal schnell mal deinen Loot hier! Mach mal lieber die Krabbe weg! Wenn die... Wenn die... Wenn die in dem... In den... Ja, jetzt kannst du mich holen! Schnell, 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 schnell! Ihhh! 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 Salzig! Boah, die ist richtig hoch geflogen! Ja, die ist aber richtig hoch geflogen! Alter, wie geil! Oh Mann! Was ist das hier für ne Wichs... Für ne... Was ist das reine Interpretation? So... So kann man denen halt keinen... Kein Damage machen... Ich mach mal ne Explosion, warte! Ne, so könnt ihr denen keinen Damage machen, aber ihr könnt sie halt... Ohhhh! Rumpel, wer hat sich das ausgedacht... Wer hat sich das ausgedacht mit diesem komischen... Ohhhh! Und vor allem, wir sitzen die denn da? Oh, ich hab voll die geile Idee für die Krabben! Die Splattern haben einfach voll ins Gesicht... Wer macht das sowas? Ich denke, das war der Rumpel, irgendwann nachts im Bett... Ja... Als er sich wieder Animalpornos reingezogen hat... Animalpornos vor allem! Ich hab voll die gute Idee für unser Spiel! Ja, der guckt Phoenix ZDF Info nicht, weil der da irgendwie Tierdokus sehen will, weißt du? Ja... Was, was, was redet ihr denn über? Wie der für ein Ploch zu sein? Der Rumpel, der sich nachts immer auszieht... Ich geh jetzt zum Shop, ich hab nämlich ne neue Waffe! Hallo! Neue Waffe! Jetzt weiß, warum, warum... Ah ne, das sag ich nicht, dass ich nicht übel sei! Was wollte er nur sagen? Ne? Klitsch, 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 klatsch! So, können wir hier weiter, oder was? Dann können wir bitte, können wir bitte weiter gehen! Oh, nice! Das ist ein Shop, ne? Boah, ich keine neue Waffen mehr! Ich bin so overpowered! Naja, du brauchst ja noch anderes Zeug, ne? Anderen Shit! Rüstung und so! Wozu? Wozu, Mann? Das Spiel wird ja eh nicht gespeichert, wenn ich gleich aufhör zu spielen! Ne, das stimmt nicht! Ne, hab ich die Waffe dann trotzdem? Ah, ich hab... Nice! 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 Nee, nicht Game Over gehen, hab ich die Waffe dann? Äh, ne, die Waffe nicht, aber die hast du freigeschaltet halt noch, ne? Ja, aber dann brauch ich ja trotzdem wieder eine Tür, nie die Kohle! Guck mal an, was ich jetzt, was ich jetzt anhabe! Guckt euch das an! Guckt euch das an! Was hast du denn an? Ja, guckt euch das an! Sieht total geil aus! Ich liebe diese, dieses Outfit! Geh doch mal die Narrenmütze an, die hatte ich ja noch nie so richtig! Rumpel, was ist das denn? Nee! Geil, ne? Freiheit! Freiheit! Wie siehst du denn aus? Hier! Wie siehst du denn aus, Rumpel? Brayfart! Der Hofnarren Brayfart! Mann, der kommt da, der hat irgendwie so... Der hat irgendwie das Rad in der Fresse! Ich weiß auch nicht, was da läuft, du! Ach! Mann, ich krieg keine neuen Sachen freige... Achso, ihr seid... Ah! Ich will dir auch was leisten können! Ich hab mir nur nen Hut gekauft! Ich auch! Du hast ja vor allem die krasse... Du hast jetzt die komplette... Die komplette... Ähm... Die Klauensrüstung! Boah! Wolltest du die gleich ernten, oder was? Ich hab immer noch ein bisschen Kohle, aber es langt irgendwie nicht, um mir noch was anderes zu kaufen! Ich hab noch 11, falls du noch was brauchst! Ich kann mir nichts anderes kaufen, weil einfach nix da ist! Das ist das Doofe! Ja, du musst mal ein bisschen kämpfen und nicht nur looten! Ich kämpf die ganze Zeit! Gregor! Ne, das stimmt nicht! Natürlich! Wärst du auch mal Level 3 bekommen! Ich hab doch die ganze Zeit gestackt! Welches Level bist du denn jetzt? Ja, ich bin knapp Level 3 irgendwo drüber in Richtung Level 4 jetzt! Ah, das ist zumal! Muss ja noch ein bisschen besser kämpfen! Bin bald Level 4! Danke, Rumpel! Vielen Dank, Herr Lehrmeister! Obi-Wahn! Ey, der holt sich da wieder den Loot alleine, der Rumpel! Kannst du mir auch den hier auf! Dringend! Wozu aussehen? Du hast doch gesagt, du kannst dir eh nix mehr kaufen! Wie geil hier aussehen! Doch, ich kann mir schon noch was kaufen! Ich kann mir noch nichts kaufen, weil ich zu wenig Loot hab! Achso! Ihr zwei! Das ist auch sowieso nur, weil ihr diese, diese Narren, dieses Narrenkostüm habt! Oh oh! Vorsicht! Oh oh! Oh oh! Boah! Was war das? Der hat das Geräusches auch echt wieder! Ah geil! Die fallen ins Wasser! Oh 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 oh! Boah! Oh 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 oh! Ja, Mann! Ich hatte dir den Arsch! Ich hatte dir den Arsch! Ja, nice! BAMS, Alter! Ich glaube, dein Bogen jetzt echt, den müssen wir noch nerven! Der ist echt zu krass! Meine Waffe ist so ober! Aber normalerweise kannst du, wenn du das so machst wie wir, dann ist das natürlich auch etwas speziell, aber normalerweise kannst du dir diese Waffen nicht kaufen in dem Level, weißt du? So, was du mit den Explosionen fährst? Ja, ja klar! Weil du das schon gespielt hast dann! Wenn ich meine Götterfähigkeit mache mit der Explosion bei zwei Ratten und explodieren, dann krieg ich von beiden Damage ganz fährst! Das ist übel! Hier, nimm dir mal den Dings Gronkh! Oh danke! Dankeschön! Das ist echt super mit dem Heel, das ist echt mega! Ja, das ist geil! Der Sarazar ist hier gerade der Most Valuable Player! Der Sarazar ist hier gerade der Most Valuable Player! Ich hätte das mal gedacht, ey! Oh, geh weg! Okay! Oh, ich kann doch nicht! Ich glaube, die müssen wir auch nochmal von der KI anfassen! Oh, Vorsicht! Da kommt schon wieder eine! Da kommt schon wieder zwei! Scheiße! Boah, knapp! Ui! Boah, das hat ja gut geklappt! Boah, Alter! Boah! 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 Ich esse auch Pilze von der Wand! Boah! mir egal. Das kennt ihr noch gar nicht hier, ne? Was? Wir kennen alles, Rumpi. Wir haben alles schon gespielt. Ja, aber jetzt... Das war schon fünf Jahre her. In diesem letzten Player haben wir das Level noch nicht gezeigt. Da warst du noch, äh, 14. Achso, ja, mit zwei hast du da schon dreimal durchgespielt. Ich weiß, ich weiß nicht. Ja, ja, ist ja so. Ich hab das da schon... Voll evil. Also privat spiel ich das öfter durch. So, pass auf, Walle. Wenn wir ins Level kommen, dann hat der Rumpi schon gehetzt, der weggelootet. Was? Das würde ich nicht machen. Alter, der ist schon echt da hinten und lootet schon. Das ist doch nicht. Wirklich so. Vor allem, wie der Erik direkt in die andere Richtung gelaufen ist, weil er beinahe... Ja, klar, weil ich dich kenne. Oh, wie sieht's denn hier aus? Hi. Oh, nice. Da hat jemand... Oh. Geblutet. Nein, das hier schon wieder. Ja, eine schöne Jump'n'Run. Das sieht echt cool aus. Ich seh noch nichts vom Level, weil ich da unten looten muss. Boah, das sieht Hammer aus hier. Was ist denn hier los? Das ist das alte, vergessene Gefängnis. Nein! Nein! Ja. Unscholl! Big Elf is watching you, steht da wirklich Big Elf is watching you? Ja, ja, es steht. Kommt mir ja sehr bekannt vor, komisch. Der zweite, deswegen ist der Gron immer fast zwölf. Oh. Oh. So. Oh nein! Wow! Ah, der Rumpel ist aufgespießt worden. Nein! Ich auch! Nein! Nein! Und ich bin schon auf der Zwischenplattform gelandet und ich voll hören. Okay, wo muss ich denn von... Well, wo muss ich denn von hier aus lang? Aber ich komme wieder. Ich weiß gar nicht, ob er dann hier drüber springen kann. Ich werd's mal versuchen. Da komm ich nicht lang? Ja! Nein! Nein! Hm. Hier drüber. Auf den Pfeiler. Auf diesen deinen Pfeiler, da. Loll! Schafft, Alter. Guck's dir an. Ja, ja, ich seh's gerade. Tack. So ist das neue... Warte weiter, lass mich jetzt mal hier weggehen. Ja, ja, ja. Passiert sowieso nix, aber... Boah! Nein! Ich bin hier sprungen. Oh! Da ist er da hin. Ich bin hier sprungen, aber der hätte nicht gesprungen. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie ihr euch hier noch braucht. Sagt ja Wally, der sonst immer über der Lava-Grube hängt. Ja, aber echt, ey. Als ob er jetzt mal Glück gehabt hat, ja, und direkt hier... Ja, ihr kriegt doch nachher dafür. Hier liegt auch noch ein paar Pilze, die ich dann auf euch bewerfe. Genau, ich werfe euch einfach ab, wenn ihr hier hochkommt. Nein! Nicht schon wieder! Ah! Das kann ja jetzt erstmal ne Stunde dauern. Ich hab hier aber sonst zu Hause. Aber das ist so, lol, weil ich spring immer auf die andere Seite. Und, ähm, da gibt's so n Loch. Sie sieht auch viel stattdessen aus, die andere Seite. Ja, aber da gibt's so n Loch. Was? Mit Löchern kennst du dich ja nicht aus. So. So. So, dieses Mal hab ich's geschafft, weil die mich... Das gibt's schon hier! Aber der springt nicht ab! Hier ist nämlich voller's Loot! Ja? Hier drüben, hier drüben, Wally ist mich voller's Loot! Wally auf der anderen Seite, hol dir das von der anderen Seite! Der lockt dich nur dahin. Ich hab hier schon die beste Waffe. Hab ich mich schon gesehen. Auf der anderen Seite sind Balle, auf der anderen Seite sind noch Kisten. Nein, auf der anderen Seite hinter dir, Mann! Ne, die hol ich mir jetzt gerade erstmal. Hier sind auch voll die Sachen noch. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Rumpel! Was denn? Nichts. Äh... Boah, jetzt könnte ich so gemein sein. Boah, ich muss nochmal Probe-Lust auch zum Schnappel nicht! Boah, ich muss nochmal Probe-Lust auch zum Schnappel nicht! Okay, dann machen wir das jetzt zusammen. Meinst du gegen den Rumpel? Ja! Du musst die beiden! Immer gegen mich, ihr zwei! Warte, shit, ich hab keinen mehr! Fuck dir halt nicht! Boah! Boah, Alter, wie der probiert! Ja, Kurt, komm! Ah! Drei Stunden später! Drei Stunden später! Drei Stunden später! So, aber, äh, Leute, hier kann man übrigens auch noch reinlaufen, ne? Wisst ihr das eigentlich? Hier kann man einfach weiterlaufen. Ja, das modiert der nur, um von seinen Face abzulenken. Wir kommen jetzt noch rüber, oder was? Ja, komm doch mal rüber! Wir sind so ein bisschen nur hier! Weil, hier ist nämlich voll Loot! Ich kann doch Loot einswabeln! Immer noch nicht voll gewesen! Kack! Alter, gibt der Rumpel uns ja noch mehr Zeit! Ganz gut, eigentlich! Wofür eigentlich? Hm, weiß ich nicht! Nimm! Jetzt steh! Ihr Noobs! Ihr Scheiß-Kack-Noobs! Nein! Ihr könnt gar nix! Ihr könnt gar nix! Ihr seid so dreckige, verdammte Arten! Okay, rechts oder links? Ah, komm, wir mal hin! Oh Gott, was erwartet uns hier? Ein Shop! Oh, Käfer! Shop! Hab ich grad Shop gehört? Ja! Ja, Shop wär gut! Ist ein Shop! Nice! Weil dann kann ich mir endlich mal eine andere neue Waffe kaufen! Das ist richtig geil! Oh nein! Keine Sorge ist down! Nice! Nice! Ihr Rumpel, gebt dir sogar noch was ab hier! Hol dir mal den Pilz hier gerade! Oh, das ist nett! Vielen Dank! So, wir können nochmal stacken grad! Und dann kann ich nochmal meine... Boah! Huch! Nice! Guckt euch mal die Ratte an! Hä? Die Ratte! Die Geisterratte! Mach die! Was macht die Ratte! Was macht die? Die ganze Ratte geht voll ab, ey! Ja, da war sie recht! Das hat die richtige Geisterratte gewesen! So, können wir jetzt hier weiter? Ja, wir können weiter! Ich kann jetzt nämlich hier was Neues holen, liebe Leute! Ja! Das ist doch freundlich! Und ich kann euch das gleich nochmal zeigen! Ah, das ist... Das ist hier... Hier gibt es das einen Easter Egg, was auch schon gefunden wurde! Habt ihr das gesehen? Schon? Hä? Hallo, wir looten gerade! Wieso haben wir das gesehen? Achso, mit der Gamescom-Schlange! Die Gamescom-Schlange war das, ne? Genau! Die Gamescom-Schlange und das Skelett! War ja auch wirklich beim Looter-Kings-Start so! Auch wie die Leute sich ums Spiel gerissen haben, um es zu kaufen! Ach, und hier die Gamescom-Zeitschrift! Gamescom-Looter-Kings! Ja, aber... Ja, das tun sie aber jetzt! Also, alle hin und Looter-Kings kaufen! Ich mein das ernst! Mach jetzt hier, ne? Jetzt hab ich nämlich hier... Ich hab kein Tischbein! Dies ist kein Tischbein! Definitiv! Kein Tischbein! Wolltest du nur erwähnt haben! Ähm... Das kann ich mir jetzt endlich kaufen! So! Ich kann nichts kaufen! Es gibt zu wenig Klamotten, die freigestellt! Wir brauchen echt mehr Zeugs noch! Ja, wir brauchen noch mehr Zeug, aber das müssen wir einfach nur ein bisschen spielen! So, hier! Wollt ihr mal gucken? Aber das müsste früher... Guck mal, wie dämlich wir schon alles weggespielt haben! Zack, zack, zack! Oder? Meinst du nicht, dass das ein bisschen früher freigeschaltet ist? Ja, wir müssen... Man muss immer bedenken, wenn wir das jetzt auf vier Level ausrichten, ne? Ist das was anderes, als wenn wir später dann zehn Level haben! Normalerweise hätten wir ja zehn Level, die wir spielen! Also im finalen Game! Wir müssen das... Okay, machen wir... Kommen wir zehn jetzt durch! Wir machen jetzt ab auf das Finale! Natürlich würdest du trotzdem schon früh so ein bisschen Erfolgserlebnisse haben! Bei mir ist zum Beispiel so, ich hätte gerne neue Waffe, ich krieg einfach keine neue Waffe die ganze Zeit! Das ärgert mich intern! Wir müssen da auf jeden Fall noch an der Formel arbeiten! Das wurde auch schon öfter gesagt! Wir sind da auch dabei! Tatsächlich! Also es wird wahrscheinlich irgendwie im finalen Game etwas schneller gehen mit Waffen! Das ist gut! So, hier auf jeden Fall! Ich habe eine neue Waffe und ich kann jetzt folgendes! Als Special! Ja, ein Tischbein! Ja, zeig her! Boah! Okay! Nice! Alter! Das ist ja voll unspektakulär! Ey! Ich finde das ist ja eigentlich ganz gut gewesen! Mach's vor allem auch gut! Damage! Okay, wir müssen jetzt wirklich hier noch abschließen! Damit wir das nächste Mal auch da starten im nächsten Level, ne? Ja, das sollten wir! Das sollten wir! Das sollten wir! Ja, 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 ja! Okay! Hier waren wir schon! Hier können wir weiter! Oh, nice! So, jetzt wird's lustig! Jetzt kann ich nämlich mit meinem Tischbein, glaube ich, etwas besser gegen die Käfer agieren! So, der ist schon mal falsch gelaufen! Aua! So, hier, guck mal! Bam! Jetzt macht man den auch ein bisschen Damage! Was habe ich denn neu hier? Ich will auch Damage machen! Doch, der lebt ja gar nicht mehr! Du hast halt, du hast halt den Fehler begangen, lieber Erik, dass du dir die teuren, ähm... Ich hab keine andere Waffe nicht mehr kaufen! Doch, du hattest doch die, die, die Gabeln, die Teufelsgabeln! Die hast du noch gar nicht gezeigt! Ja, weil du meintest, das wäre nicht so! Nee, im Gegenteil, die sind cool! Die sind cool! Darf ich den Pilz? Darf ich den Pilz? Danke! Ja, gut! Ich kann euch auch einen geben! Ich kann euch auch einen geben! Aber egal! Nimm dir den! So! Ich bin nur healed! Wie gesagt, auch hoffentlich! Ich muss noch ein bisschen healen! Ja, ist es okay! Ja, okay! Genau! Warum?! Alter! Guck dir mal an, wieviel er jetzt aussieht! Ich krieg keine Waffe nur, ich kann, Mann! Ich war noch eine neue Waffe, aber ich krieg keine neue Waffe! Aber der arme Erik hat die ganze Zeit immer nur geklaut und dann sich die falschen Sachen gekauft! Oh Gott! Ah! Ah! Geht sie weg! Geht weg! Ihr verdammten Viecher! Oh! Ich hab's hier vollgebracht! Nice! Boah, die Sense! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott, das wird nicht! Oh, Aua! Boah! Alter, wie viele Ratten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Joon! Boah! Bam! Alter Schwede! Alter, mir geht's so schlecht! Meine Katze! Wo bist du denn? Lauf nicht weg! Ach, Gott sei Dank! Dankeschön! Ich hab auch noch ein Bild gerade eben, in diesem Durchgelaufflur. Ja, ich bräuchte auch noch mal. Hier gibt's echt viel Luhn! Hast du noch eine Paprika? Ich brauch selber auch! Hier nimmer! Sooo! Dann bist du gegessen! Kommt jetzt! Kommt jetzt! Kommt jetzt sofort raus! Ich, ich, ich! Drück dir doch ne Paprika raus. Lass wir gucken lieber, was der da macht! Oh, Kiste! Oh, Nice! Hier war ein blauer Kristall! Oh, Nice! Thank you! Boah, was? Nein! Fuck! Nein! Warum? Es ist so unfair! Ist okay, Cartman. Oh Mann, ey. Es ist aber so unfair. Willst du noch mal... Wir können noch mal zurücklaufen... Es ist unfair! Wir holen dir deine Gabeln mal. Dann mach's wenigstens mehr Schade. Dann mach ich ja auch keinen Fern-Damage. Dann mach ich ja mal diesen komischen... Ja, das stimmt. Ich genieße nämlich grad diesen Fern-Kampf-Damage. Der ist echt schon super. Ja, ich dachte, die Armbrüche sei nicht so gut. Du hast aber ne mega-Spezial-Folge hier, ne? Ich dachte, die Armbrüche sei nicht so gut. Ich dachte, die Armbrüche sei nicht so gut. Weißt du, zehn Folge später reitet er noch drauf rum. Mindestens. Das hat dich schon getroffen, oder Rumpel? Das hat dich schon getroffen. Ja, das hat mich getroffen. Du machst immer das Spiel schlecht. Hä? Das Spiel ist doch ganz okay. Blöder Arsch. Nimm dir den mal, Rumpi. Ja, ich versuch's ja. Boah, wir hast halt versucht! Die ganze Zeit. Ich hatte grad noch überlegt, ob ich dir was spende. Ja, donate. Aber wenn du dich rum beklaut hast, spendest du mir was, du Großzweiger. Da waren wir zurück. Seid ihr bescheuert? Ich weiß aber nicht mehr, wo ist denn der Shop? Ich weiß, der Shop war hier rechts. Aber wollen wir da wirklich hin? Ist der Shop da? Ja, das ist der letzte Level für die Early Access, oder? Ja genau, der letzte Level, den wir auch gar nicht mehr spielen können. Momentan noch. Also der wird noch freigeschaltet dann in der nächsten Session. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich da noch die letzte Folge. Vorerst. Jetzt bist du auch unterwegs. Weil du nämlich in Kolumbien bist. Ja genau, ich bin ja gerade in Kolumbien, Brasilien und so. Ich bin ja unterwegs, streamen ja auch viel live. Wenn ihr da mal reinschauen, wir können das gerne machen natürlich. Aber ich will jetzt hier nicht natürlich die Werbetrommel rühren, sondern es ist so, dass das Spiel bis zu einem bestimmten Grad halt auch nur geht. Bisher, weil es ja Early Access ist. Und der Bossfight und der ganze Schnickschnack ja noch nicht drin sind. Komm noch. Weißt du, weißt du, anstatt aufzusammeln, ja? Anstatt aufzusammeln, versuchst du mich einfach abzuwerfen. Jetzt hast du da, jetzt hat... Oh Gott, ich sterbe. Ich sterbe auf jeden Fall. Autsch. Oh, ich auf. Was machen die eigentlich da? Die sollten eigentlich gar nicht agieren. Aua. Oh hat das weh getan. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich bin down, ich bin down, ich bin down, ich bin down, ich bin down. Ich schaff's. Nein, da kommt noch einer. Ey, jetzt nicht sterben, Leute. Level up, Alter. Ich bin vier. Nice. Nein. Das wollte ich gar nicht. Doch, aber das kommt. Nein! Nein! Ich rette dich, ich rette dich. Ja, Mann! Ahhhh! Okay. Ja, aber es sind alle welche, es sind alle welche. Boah, wie geil, ey, das war so lustig gerade. Warte, 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 hier. Hier, hier, es ist vom Boden, Junge. Ja, würde ich ja gar nicht sagen. Wollt euch schon immer mal ärgern. Das wird es übrigens in dem nächsten Update geben. Hast du mir grad auf den Arsch gehauen? Geil. Riech mal dran. So. Gut. So, hol es mal wieder. Nice. Dankeschön. Ah, ich hab grad Casualty als Steam Attief mitbekommen. Casualty? Ja, das ist, wenn man sehr häufig, äh, sehr häufig wiederbelebt wurde. Ah, okay. Oh, da sind noch ein paar XP. Juhu. Ich will XP. Wie Geld habt ihr? Irgendwo ist doch der Shop hier. 140. Okay. Wie viel hast du? Der hat auf jeden Fall mehr, der Kron, ne? 336. Was?! 300?! Und dann, dann wunderst du dich, dass du keinen Schaden machst, wenn du keine, keine Waffe kaufst? Ich will mir doch ne Waffe kaufen! Ja, der macht doch doch mal! 300! Und dann, dann wirft er mich noch ab, um euch zu beschützen! Um euch zu beschützen, will ich was Neues kaufen! Ja? Ey, das ist dir so ins Gesicht, äh, Alter! Hätte ich lügen sollen, ich hab die Wahrheit gesagt! Wo ist der Shop, Mann, Leute? Ich weiß es nicht! Ich kann mir aber auch nichts, wir brauchen unbedingt mehr Sachen, die man kaufen kann. Ja, unbedingt! Oh, unbedingt! Ja, ja, ja! Los, rumpel! Auch schon früher! Wende die Aufnahme und programmier sofort neue Sachen! Weil jetzt sitzt man halt auch nur in diesem Hofnarrenkostüm die ganze Zeit da, weißt du? Das Hofnarrenkostüm ist vor allem eigentlich total special! Ist das denn gut? Achso! Das ist total special! Das ist die einzige Klamotte, die ich bin! Das ist wirklich so geil! Ne, das stimmt nicht! Wenn du Level 4 bist, dann... Hurra! Woah! Schön, schön! Ist einfach weitergelaufen! In letzter Sekunde noch gesehen! Ach, hier waren wir auch noch nicht, ne? Ne, haben wir auch noch... Oh Gott, schreien wir! Ey, von denen haben wir jetzt aber echt viele! Ach, was ist hinter mir! Manni, hat das hier auch gegenseitig Schaden? Jaaa, nee, doch! Sollten sie eigentlich, ne? Also, dass du so eine Massenexplosion auslösen kannst, das wäre eigentlich ganz geil! Oh, nice! Boah! Direkt weg, ihr Bastarde! So! Boah, einige weggeschnabbelt! Boah, diese Waffe ist so geil, ey! Die hat mich gerade weggeschnabbelt! Ja, ich hab die kurz vor dir explodieren lassen! Oh, nein! Das ist natürlich sehr gut! Oh, schön! Danke, Ruf! Ja, ey! Der ist echt der Helflingsfeld! Was denn? Die hat vorhin auch bei mir eingesammelt! Ich bin der Luther King! Ich weiß was! Boah! 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 Das muss jetzt sowieso hier der... Walle kannst du mal einen Pilz machen? Ja! Danke ihnen! Ja, wie sie sich jetzt halt nur noch auf Wallis Pilze verlassen! Ja, natürlich! Wenn man hier auch einfach so noch Pilze aufsammeln! Als Spieldesigner kannst du da auch mal gucken! Boah! Alter, was soll das denn? Ich spare auf ne Waffe, du Penner! Boah! Ich geb mir immer die ganze... Boah, ich hab grad Bandit bekommen als Errungenschaft! Ich hab schon tausend Loot geklaut! Ja, aha! Was?! Du dreckiger Wichser! Gib her! So! Ich hab Andit bekommen als Errungenschaft gerade! Hast du gar nicht! Ich hab mich wohl! Guck mal, dass die... Hast du gar nicht! Ich hab mich grad eben bekommen! Ich hab das! Voll gut! So! So, jetzt fahren wir noch in die nächste... Du siehst mal, wer ist der einzige ehrliche Spieler hier! Komm, fahren wir noch! In die nächste... Das nächste Level, dann können wir nämlich absch... Das war's mir wert, Mann! Das war's mir einfach wert! Viel zu spät! Boah! Schön! Ja! Also das Level, das ist jetzt... Wäre jetzt das letzte oder das gibt's noch nicht? Das ist das letzte, man sieht halt noch den Vorraum! Man kann auch da rumlaufen und es gibt einen Shop, wo Grunk sich da auch nochmal eine neue Waffe kaufen könnte! Oh, nicht mehr auch! Ja, hier! Wenn ich... Da wieder rumpelt immer schon irgendwo ist! Ah! Und da hinten ist die Arena, wo es dann richtig abgeht! Da ist dann der Pop-Fight! Nur in Kürze! Vielleicht ja schon jetzt, während du diese Folge schaust! Also es lohnt sich auf jeden Fall! Nein! Rüstung des Centurios! Hast du die bekommen?! Ich hab die Rüstung des Centurios! Du... Das gibt's mal unfair! Der hat total geile Sachen! Gut aussehende Rüstung des wohl kleinsten Centurios, der jemals in der Legion gedient hat! So, ja genau! Okay, ich hab's Nahkampfwaffe, das ist natürlich scheiße für mich! Ich bin kein Nahkämpfer! Aber... Aber das Geile ist, du... Das kannst du jetzt tatsächlich leider nicht zeigen, dein Special! Weil das Special funktioniert nur, wenn du einen Gegner anvisierst! Und dann sprichst du auf den so zu und stichst dreimal in einer Blutfontäne mit diesen Gabeln zu und machst extrem viel Damage! Ja! Schaut mich an! Hast du den auch schon gekauft? Ja, Mann! Alles im Gepäck! Ja, Alter, wie viel Code hattest du denn bitte? Mh, 200! Mh... 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 Ja, Mr. 398.000! Ja, jetzt ja nicht mehr! Ja, jetzt hast du noch 200! Nachdem ich auf feiner Europa jetzt auskomme, macht die Weihnachtsgans... Hör mal gerade! Hör mal gerade! Hör mal gerade! Hör mal gerade! Wenn ich nicht auch Freunde angreifen damit, wenn ihr... In einer Blutfontäne? In einer Blutfontäne! In einer Blutfontäne! Ja, wie gesagt! Also wir werden, äh, hoffentlich das Let's Play demnächst weiterführen und dann auch mit neuen, äh, Balancing-Einstellungen, mit neuen Gegnern vielleicht sogar, mit neuen Leveln auch! Geil! Und nicht bald aber meinen Charakter! Der ist ja voll geil! Du bist... Wie lange bist du weg? Warte? Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie lange noch in der Zeit. Bist du ein, gibt's ein Vibe? Bist du ein, gibt's ein Vibe? Genau! Ne, Vibe gibt's doch nicht mehr! Ne, gibt's nicht mehr! Gibt's nicht mehr! Wird's nicht mehr geben! Wine, Vibe und Gesang? Gar nicht mehr? Ne, ich glaub nicht! Ein Vibe gibt's nicht mehr! Nur, weil der Erik neidisch ist, weil es auf meinen tollen Zauberstarten ist! Ja, ich will ein Level, ich will ein Level aufsteigen! Ja, ich bin noch Level 4 gekommen, ja! Ne? Ich ja nicht so! Ne? Rums! Aber man muss sagen, du bist trotzdem der größte Looter von uns gewesen, glaub ich! Ja, das stimmt! Ja gut, das sind aber die jahrelangen Skills, das ist einfach... Obwohl, er hat ja auch noch nichts ausgegeben, ne? Also... Ja, ich konnte ja nicht, ging ja nicht! Wahrscheinlich hätte ich viel weniger Geld, hätte ich mir auch so eine Pracht-Sachen gekauft wie ihr! Hättest du mal direkt die Gabeln genommen, wärst du auch wahrscheinlich schneller gelevelt! Ach, diese Gabeln! Das ist ehrlich, aber das ist nicht Salat mit so'n Gabeln! Mit so'n Gabeln, ja! Mit so'n blutigen Gabeln ist so Salat! So'n Salatspiel hier! So, jetzt können wir hier noch reinlaufen! Boah, das sieht mega cool aus! Moment! Nein, 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 wir dürfen da nicht reinlaufen! Wir dürfen da nicht reinlaufen! Weil sonst wird nämlich das Spiel resettet und wir speichern nicht an dieser Stelle ab! Wenn wir jetzt rausgehen und disconnecten, dann wird hier abgespeichert! Oh mein Gott! Dann sollten wir uns vielleicht hier an dieser Stelle verabschieden! Und mein Charakter sieht echt mega nice aus jetzt! Ja! Da gibt's aber auch nen Helm des Centurius, ja, ne? Ja, 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 ja! Hallo? Ich hab grad als Goblin geantwortet! Ja, 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 ja! Okay, das ist ja fast weit weg von dir! So, auf jeden Fall war das... Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Die Rüstung des Centurius! Ja! Ja, super geil! Also hat nen riesen Spaß! Und ich denke mal, der Rumpel, der entwickelt ja jetzt noch ein bisschen, ne? Ich bin da noch auf Reisen in Kolumbien und Brasilien, ja? Und beim guten Gronkh, da können da noch weiter viele Let's Play Folgen sehen, der ist ja auch ein bisschen unterwegs in der Zwischenzeit gewesen und so. Ja, und dann wird der Rumpel noch ein bisschen, wie gesagt, am Spiel zu roostern und dann machen wir die nächste Session, wo wir dann nochmal alle gemeinsam loslegen werden und das Abenteuer und vielleicht dann diesen Bossfight und viel, viel mehr! Ja, 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 ja! Und wenn euch Luterkings zulegen wollt, ihr könnt es fest! Ich hoffe, mit ein paar Freunden zocken, macht unheimlich Spaß! Kann man halt auch sagen, wir sind jetzt nicht bloß in Abgründen! Ja? Ja, 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 ja! Und schaut doch mal bei uns allen rein! Würde mich freuen! Wir machen noch viele weitere Videos! Und bis dann mögen! Ja, 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 ja! Genau! Ja, 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 ja! Was hat er jetzt gesagt? Ja, 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 ja! Seit einer halben Stunde höre ich schon nicht mehr ziehen! Ja, 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 ja! Mach's gut! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü ein bisschen Spaß. Oh, guck mal hier, hier. Guck mal, nur noch mal zum Abschied dir. Für euch, Boys. Ey, was? Boah, dein Scheiß. Juhu! 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 Ihr wisst, dass die Charaktere gespeichert werden? Ja, aber nur bis zu unserem letzten Austritt aus dem Aufzug. Ach so. Ja, ja. Ja, dann hier. Ja, machen wir weiter. Habt ihr euch nämlich vertan, das hab ich extra unprogrammieren lassen. Ich hab den Forsten Bescheid gesagt. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja, mal gucken, wie viel insgesamt am Start ist. Würde mich auch ein bisschen. Boah, Alter. Boah, wie viel Kohle. Alter. Das dauert jetzt, das dauert jetzt noch eine halbe Stunde. Bis wir alles rauskauen haben. Also wir sind bei 200 gerade. Ja, ich hab noch 50. Ich hab auch 144, 139. Das dauert noch ein bisschen. Also mal bei 400. Sollst du das unbedingt mal mit dem Aufzug noch mal runter? War das zu doof? Boah. Ne, das ist zu ätzend. Hier. Einmal noch Liebe für die Community. Wir müssen uns zu dritt zusammenstellen. Dann machen wir noch die 8. Die Nummer 8 war das. Nummer 8. Walle, kommst du in die Reihe? Moment, komm in die Reihe. Buddy. Achso, soll ich sie neben euch stellen? Ja, neben euch. Okay, sorry. Okay, Freunde. Buddy. 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 Guck mal hier, drück mal die mehrmals die Taste. Der Kid klappt das so in die Hände. Das ist immer noch das Beste. Guck mal hier, guck mal den hier. Guck mal den hier, den ich mache. Das passt doch super zusammen. Guck mal, wenn er den Pimp nicht abschließt. Guck mal, da kraut er sich an den Eiern. Oh. Hey, follow me. Hey, follow me. Okay. Haut rein, liebe Leute. Wir hören nie wieder auf. Bis daheim. Tschüss. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Klaus. So. Bis zum nächsten Mal. Heute ist so warm, heute ist so warm.